so hallo und herzlich willkommen zurück zu atomic bomber man ihr wolltet bomber man jetzt habt der bomber man interplay hartson software mein fröhliches hallo herzbekommen zurück zu meinem channel für alle die mich noch nicht abonniert haben wenn du jetzt ganz gerne mal tun die videos gefallen instagram hat entschieden wir spielen atomic bomber man das ist mit dem random start gestern nicht so funktioniert win matches per kill total gold bomber all the way genauso wie dieses kennt dieses droid das hat aber gestern trotzdem irgendwie funktioniert ja gut schauen wir mal wir stehen jetzt erstmal hier gibt es verschiedene schemas aus dem gespielt das muss basic schema ich bin heute mal der türkise und jetzt wir nehmen jetzt mal alle mit weiter wird es dermaßen lustig und happy hardcore das geben das ist so kohlen mein internet ich nehme mal brandon welcher bin ich jetzt ja weißt du dass mir jetzt wieder zerlicht ich denke das ist nicht normal das spiel wäre ich einfach zu blöd dafür oder was ja man sieht schon das ist halt schon ein bisschen ein anderes bomber man gehen muss eigentlich so von super nintendo oder was gewohnt ist es ist beleidigt einen eigentlich die ganze zeit hört man jetzt vielleicht noch öfter das ist vielleicht ein viel das ist jetzt im moment gerade jetzt nicht so das bilder mit diesem boxhandschuhen da kann sich auch nie wieder einsperren die box und die ganze zeit irgendwie alles weg ständig und überall muss man bei gamefax gucken irgendwie ein cheater trick oder sowas gibt wenn wir uns jetzt mal verschiedene schemas anschauen aber jetzt ist mir hier basic dran und die ganzen stages kommen wir jetzt sowieso random hoffentlich ich hoffe dass wenigstens das funktioniert ne das ist auf jeden fall so ist ich finde es schwierig ne ich habe sogar mal mit meinem croissant gespielt damals da ging schon mal die post ab ne ich weiß gar nicht mehr wie wir drauf gekommen sind dass der dann mit basdf spielen konnte ne das war schon zu zweit einer tastatur mal recht lustig weil ich hatte kein joystick er auch nicht hahaha manchmal ist die ki richtig dumm aber eigentlich ist die schon gut wie jetzt zum beispiel gegen ende hin wird es eigentlich immer nicht ganz so schlau sage ich ja das beleidigt einen irgendwie die ganze zeit ne so weiter geht's ja jetzt habe ich schon mal den jetzt kann ich schon mal pumpen kicken ne gut das war jetzt knapp ne go and fuck yourself das heißt ich habe überhaupt gar keine power up ne weil da ist vielleicht irgendwie folgen in dem game was alles abgeht ist vielleicht ein wenig schwierig das ist doch gar nicht so gut das hier jetzt hoch zu laden ist ja sehr actionreich ne vielleicht habe ich glück und gewinne diesmal vielleicht habe ich glück und gewinne diesmal jawohl das erste match was ich gewinne heute dieses mit dem random start das haut irgendwie nicht ganz hin ich weiß nicht warum hier ich habe die drücker bomben ja Mist keine bomben dinge ist natürlich ja schlimme krankheit ist ist da ist ein handschuh natürlich auch scheiße diese diese krankheit wurde in dem platz einfach mit jemandem tauscht halt einfach wieder hier für gespielt 2 2 zu schnell unterwegs sind der grant nein das ist nicht grant und die sind alle langsam unterwegs das spiel macht richtig spaß da kannst du nichts sagen es fetzt schon richtig 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 gut was wir natürlich manchmal mit der strategie davor haben das weiß er nicht so ganz man braucht ein bisschen ein gefühl wenn die bomben explodieren wenn man ein kleines bad wachsen lassen hier nicht dann kann ich mich wieder hinsetzen weiß nicht diese woppelbombe da die ist halt auch voll geil ne ich hab schon einen score jetzt schon wieder das mit dem random haut jetzt auch nicht ganz so gut hin ja ich hab den roten eingesperrt der weiß in der zickmühle ne ist denn das grant nein ist es nicht grant ja manchmal egal warum die ihre triggerbomben einfach einfach ab und zu gleich in die luft jagen das ist eigentlich mit strategie vorgehen sponge finde ich hätte ja ganz cool eigentlich werden ich muss noch einmal gewinnen damit sich mit gewonnen da kommen wir zu meinem ich bin jetzt die falsche richtung gelaufen hier kommt man und ich bin jetzt die falsche richtung gelaufen das heißt wenn der lila gewinnt dann hat der gewonnen wenn der diese farbe da gewinnt ich weiß nicht was diese farbe nennt fuchsia oder so was ist das für eine farbe der lila ist lila und der was ist das für eine farbe ich hab keine ahnung was die für eine farbe herstellen soll ne so eine art rosa vielleicht wenn sie ja die krankheit haben dass gar keiner bomben legen kann aber ich finde diese gemälde da auch an der wand recht lustig das eishockey spiel vielleicht hat man es noch gar nicht oder alien also ich habe aber das gefühl wenn ich die cd drin liegen habe geht ein bisschen mehr ab oder ich habe jetzt auch das gefühl dazu ich weiß es nicht das labert jetzt schon irgendwie in einer tour ne ich glaube der der orangen gewinnt nein das war der formst du mit so schauen wir mal optionen an die feinen keyboard layout ach guck mal da muss doch spiel mal denn einmal jetzt ist das so was niemand mal hat für uns ohne hat für uns ohne die zwei mal so ich bin weiterhin diese farbe der ende kommen wo bin ich bin ich da da bin ich cutthroats only super ich habe gedacht ich kann jetzt bomben kicken ja anscheinend doch nicht toll hier kamste pupmann und jetzt habe ich mich selber eingesperrt und ich hätte mich befreien können einmal wenn du die hände vom keyboard wegnimmst ne ich werde die goldene flamme gehabt die echt das ist irgendwie irgendwie nix da passiert irgendwie gar nichts das sind wirklich leute einsperren wird sich halt mal jemand die goldene flamme da unten die benutzen die sponge irgendwie irgendwie das ist mir schon öfter auf sein wurf und so weiter und punch ja aber sponge oder bomben kicken habe ich die eigentlich selten gesehen bisher die sind so alt aber das ist unendlich schwer aber ich bin ja dafür dass das irgendwie funktioniert mit dem random start das sind wir auch genau ein ich habe ja auch da ich den brain bug richtige dicken die dicken die dicken die dicken die dicken diese stressig ne ich spess man nicht schafft kein mensch auf dieser welt weil wie man nach sowas geniales programmieren kann das ist jetzt mit dem mit dem punch start das machen sie die ganze zeit nicht ziemlich unmöglich jemand irgendwo einzusperren weil die punchen die ganze zeit nur noch rum punch 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 oh gott jetzt wird es aber irgendwie spannend ich weiß jetzt auch gerade nicht auf wen ich hätte es auf den schwarzen oder auf den grünen der grüne ist ganz gut mit seinem punch aber gut das muss nichts heißen ich glaube ich suche die stage ist dann beim nächsten schema einfach selber aus das ist ja irgendwie blödsinn ne so kleine kleines ding nebenbei das spiel ist von 1997 für die windows 98 entworfen wird aber komischerweise unter windows 10 eigentlich einer frei einfach installieren oder als administrator starten muss man auch jetzt nicht unbedingt aber ich finde es läuft irgendwie dann besser das ist immer es ist minus drei alle alle darum ging jetzt die paar schnelles gehen hier nicht jetzt habe ich den sponsor jetzt pass auf ist denn das grand ja wie ich dachte immer so lachen ne dann ne ja mist ist in den roten jetzt loswerden ich stehe genau das spiel mache ich jetzt mit dir auch wir haben gerne blow you up bitch hat er jetzt echt gesagt ja ist dass ich jetzt bitte einsperren bin zu dumme ist das erste mal wo ich hätte gewinnen können wobei man hat mich heute schon einmal gewinnen sehen jetzt war noch kein match ich spring mal weg oh boi das wird wieder aufhören hier poppen zu schmeißen wo bin ich da oben die triggerbombe sei aber die beste man die bisher ewig in bombe menschen 64 die feierten das was 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 jung golden flame alter gold flame das macht aber nur unheimlich spaß naja kassel wo ist das ist ein lager krasel wo es hier machen wenn du start bombs jens machen wir zum wo bin ich erhalte für die gehalt bin ich was ist weiß was geht halt bitte einfach alle weg von mir es ist ja ganz am anfang ist es ziemlich leichtes ding dass ich sage ich spiel irgendwelche leute ein die krankheit wo du auch die einfach dann anfängst brande mit engliemann zu tauschen auf dem spiel fällt mir das ist fies das ist richtig abgefahren die musik dabei ne das ist schranz oder nicht mehr schranz nee das ist ganz normaler technik trance haus ich hab's immer nicht so ich muss mal schauen ob ich die ganzen so leute ich mache jetzt erst mal hier gar nichts muss ich mich verteidigen naja ich bin so dumm der scheiß gelbiger das ist wie gesagt so selbst wenn du verlierst das macht einfach trotzdem irgendwie voll fun also du wirst ja gerne aggressiv beim spiel wenn du verlierst das ist einfach trotzdem lustig irgendwie also ich finde es lustig ich muss mal schauen wie ich die ganzen sound files irgendwie extrahieren kann da gibt es auch irgendwie ein intro dazu eigentlich aber irgendwie weiß ich nicht wie man das abspielt ich weiß dass das früher auch immer das irgendwie so random gekommen ich weiß nicht und müsste da irgendwie bestimmte daten eingeben oder wie oder was weil es will ja ganz gerne auch hochladen ne weil das intro allein ist halt schon cool noch das war abfeiern man ich muss mal für solche sachen jetzt mal anderes mikrofon zulegen irgendwie so viel für die konsole ist das schon ganz cool mit dem headset aber so ein pc aufnehmen ist das glaube irgendwie immer wenn er kies könnte sein wenn ja mal auch feedback mehr geben wenn ihr lust habt oder oder der gelbe jetzt schwein gehabt aber richtig schweine computing undinda schWeine schweind in dem geburtsdags chit was war denn das jetzt? weißt du, manchmal ist die KI so dermaßen geil und dann machen sie was ist? machen sie mal so ein Bullchen irgendwie. hä? ja du hast Fallybang warm gespielt, ne? ja ich habe das eine Bombe hätte ich die Bombe boah, echt, ich kenne sie hier gar nicht, boah echt, 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 halt mal wenn es einigermaßen gut läuft am anfang, ne? einigermaßen, ne? oh, die haben schnell explodierte Bomben uh, das kann ja böse ausgehen manchmal, muss aber nicht ja, der ist halt jetzt, der blaue geworden so ne, toll weißt du, kann mir mal einer sagen was, die ganze Zeit leider waren big above me? you got the big above me? what the fuck? oh oh, hier are two inches here comes the Poopman die schwarzen gewonnen oh, payback time payback time das ist halt immer, wenn man es halt doch eilig hat irgendwie, wer weiß, wenn ich mich damit reingestellt hätte, hätten sie mich eingesperrt das ist so ein blödsinniges spiel eigentlich Bomberman allgemein der Bomberman 64 war noch ganz lustig Bomberman Generations war schon wieder scheiße Mario Blast sowieso grand spiel überhaupt aber das alle Bomberman spielt jetzt eigentlich sollte man so unmöglich irgendwie zu gewinnen für mich das ist halt nicht, was denn mal los ist oh ja, weiß jetzt aber noch mal Glück weil die, weil die KI halt auch mal genau weiß, wie weit dieser Feuerstrahl geht, ne diese Explosion die stellen sie ja dann schon so hin, dass das passt ja ja denklicherweise von Depp player 5 wins the match das ist richtig hier larger castle boss nix box in karselwurst warte mal chain links wisses sick nee, 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 nee brown checkers schach jetzt haben wir eigens halt mal cool mein coal mine coal 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 äh wie spricht das ja, ich sehe schon, das wird interessant oh, jetzt habe ich reverse weißt du, jetzt habe ich reverse wenn du halt, das ist halt, wenn halt, die controls reversed auf einmal sind, ne das macht ja der KI gar nichts, weil der ist das wurscht aber so als mensch bis dann halt schwenken verwirrt, ne verwirrt, ne ich sehe schon, das ist jetzt nicht zu der Burner, ne also checkers ist jetzt nicht zu der Burner die gibt es noch ein wenig hier castle confused ne, 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 hehehehe dog race ist ja ganz thunderdome warum thunderdome machen wir jetzt mal machen wir jetzt mal ich mach mal bei dir noch mal die coal das ist thunderdome wenn ich mich so warpszone begebe jetzt geht immer links rum, ne ne, rechts rum ja, genau short fuse alter, der hat ja die goldene, ne hat der auch die goldene gehabt ja, freilich sagt der grün ja die goldene habis das ist ja was sagt das ist ja wenn du dann ne nein nix du 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 Ich hab das auch noch nie alles, wir haben meistens nur das eine und das selbe gespielt. Bowling war mal unser favorite Ding. Schauen wir mal uns jetzt hier an. Das schaut doch schon mal eher nach was lustigen aus. Ich glaub ich sag schon mal hier oben. Schön safe hier. Was weiß ich jetzt hier für ne scheiß Krankheit hab. Der hat natürlich die Trinkerbombe, ne? Jua, stupid, meinst du nicht? Der hätte ich eigentlich auch... Ach, da steht Fargo. Ah, jetzt hat... Ob das jetzt was so geil ist, ich weiß jetzt nicht. Ja, ich glaub das ist geil. Es gibt ja irgendwie so verschiedene Bereiche, wo man hin kann anscheinend. Wenn man doch mal den G ist, ist man natürlich... Oder beim O ist man natürlich schon der angeschissen, ne irgendwie? Wie ist das, wenn man langsam läuft, Alter? Ich kann keine Bomben kicken. Ich kann jetzt Bomben schmeißen. Ja, ich hab ja auch mal den Punch kaputt gemacht, ne? Ja. 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 Ich bin immer noch im Game. Ich bin immer noch im Game. Wie geht das? Alter, hau ab! Hehehe. Den Grün haben wir jetzt. Oh, ich drehe ab, Alter. Ja. Hehehe. Hahaha, wie geil war denn der jetzt? Ja, langsam kommt der Fadi wieder in Fahrt, ne? Hast du schon gesehen, ne? Ja, ich bin so dumm, ne? Ich bin so dumm. Ja, wenn man es verschreit, dass der Fadi jetzt in Fahrt kommt, ne? Ja. Jo, der wird viel auf einmal gestorben hier. Oh, der hat wieder einen Dünnschiss. Das ist eigentlich cool in dem Game. Es macht Spaß, Leute, mit Krankheiten anzustecken. Hahaha. Der ist nicht in Ordnung. So was sagt man vielleicht nicht. Hahaha, aber in dem Spiel schon. Oh, doch. Das ist die KI, die man mit Krankheiten ansteckt. Nein, meistens holen sie die Krankheiten in ihr selbst. Dann haben wir die Zeit im Auge überhalten, wenn ich so älg am zocken bin hier. Dann sind wir 45, wenn wir jetzt anfangen, eine halbe Stunde haben wir jetzt, glaube ich, ungefähr, ne? Oh, jetzt hat sich der schwarze Fassel in die Luft gejagt, oder wie, oder was? Die sind ja, wenn die den Punch haben, ne? Die sind fünf hatten laboratory. Die sind nur noch am Punchen hier. Punch, 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 punch... wenn es hieratherscher wäre Nee. Dann hätten beide wieder richtig abgelost... ja ich gebe dünner scharfe soße und verlassen komm 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 fahrer go ne weil dieses irrisse sick brauchen wir gar nicht erst spielen weil das echt sick hey den schwarzen hat es erlegt der mist ja EAT MY DUST AND LICK MY BEEP? What? What the fuck? What is this? EAT MY DUST AND LICK MY BEEP? Ernsthaft? EAT MY DUST AND LICK MY BEEP! Der Lia hat es jetzt echt auf die Spitze treiben können. Weil der Orangene war jetzt so ziemlich gefangen, ne? Wenn der es noch ein wenig durchgezogen hat, irgendwann kommt hier Harry und dann ist der Orangene frott vom Fenster. Weil die laufen damals die ganze Zeit so nervös in der Gegend rum, ne? Aber weh, die bleiben irgendwo mal, weil sie eine Bombe gelegt haben, stehen. Passiert gar nichts mehr. So, gehts. Stillstand. Absoluter Stillstand, ne? Die wissen ja ganz genau, wo sie sich hinstellen können und wo nicht, ne? Oh, jetzt kann der Bomben werfen. Oh, ich glaub der, der, der Lieder verliert, ne? Jep. Der Computer sagt Jep. EAT MY DUST AND LICK MY BEAT, ne? Das glaubt ja kein Mensch, ne? Das haben jetzt Kinder gespielt, ne? Äh, die Schachtel hat ein bisschen aufgewandt, aber ich glaub das war schon freigegeben, ab, äh, wenig, alter. Das ist Begrenzung. Oh. 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 Smell the smoke. So. Da gibt's ja eh hier Short Views. Ah, jetzt nimmer. Ah, jetzt hätte ich den Clown vielleicht fast gehabt. Jepi. 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 Auf�れない. Jepi. 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 Ach, ja. Auf ¿evach? Jepi. 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 Ja. Jur trem. Jepi. Mandel. Jepi. Jepi. dog race könnte man das mal schnell anschauen oder wir schauen uns mal basic an basic diese müllhalde da was immer sinn macht wenn man gerade nicht wirklich weiß was man macht sich einfach zur kai dazustellen was haben wir jetzt für eine krankheit das sind gar keine mehr oh war meine bombe meine bombe habt ihr das team meine bombe was Ja, da müsste ich ja plus zwei bunten, ne? Nein, ich bin so dumm, Alter. Warum laufe ich jetzt nach unten? Ich weiß, ich hatte den Sponge, ich hatte alles, ne? Der Over-Macker gewesen in dem Game, ne? Und dann kommt wieder ein Blödsinn. Okay, die können werfen und punchen und kicken und punchen und werfen und das wird es gerade richtig kompliziert, langsam, ne? Die eine Hälfte ist nur noch am werfen, die andere ist nur noch am punchen, siehste? Hälfte dürfte es ganz gut, ein Drittel vielleicht, zwei Drittel. Zwei Drittel ist ja fast die Hälfte, wie, ne? Rechnen mit Michael. Oh, der Blödsinn. Ja, das ging jetzt immer ganz schön schnell, ne? Ey, wir schauen uns jetzt noch mal hier die Garbage-Welt an, die ist nämlich auch voll geil, ne? Bei dem haben wir mal Bock das Internet zu zocken, irgendwie, ne? Das wäre mal geil. Neal's House of Pain, kommt der Schauen wir uns das noch an. Neal's House of Pain. Bei dem Hockey-Ring kann man noch gar nichts sehen. Aber in der City Trish auch noch nicht. Wie, wo bin ich? Okay, das macht natürlich eigentlich schon... Nein, nein, nein! Eigentlich schon am meisten Fun im Original, ne? Das ist blödsinn. Ja, dann spielen wir es halt noch eine Runde. Neal's House of Pain. Ist das nicht normal hier. Ich will hier halt eigentlich nur zurück, ne? Da kannst du nämlich die Bomben auf das Fließband legen. Dann ist das wohl lustig. Kommt man da auch irgendwie nach ganz unten irgendwie, ne? Ja, du bist halt ein Hurensohn, ne? Ja, das ist Blödsinn. Einfahren vielleicht, ne? Einfahren vielleicht, ne? Ist das für die Sketch-Wang besser geeignet? Ja, das ist das für die Sketch-Wang besser geeignet. Ja, ein bisschen vielleicht, ne? Der weiß aber sehr cool. Das ist das Schöne, wenn die da nach oben laufen wollen, da sind sie ja irgendwie so langsam, dass sie dann nach oben kommen. Oder seitlich weg. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder was. Weil wenn du eigentlich die Taste gedrückt hast, macht das eigentlich schon ganz gut. Oder reduzieren die dann da die Geschwindigkeit, damit man doch noch ein bisschen eine Chance hat zu gewinnen. Ich weiß es nicht. Und der Rudi war jetzt geil, ne? Läuft da seiner Bombe nach. Go! Ich hab natürlich eine ganz beschissene Startposition. Das war doch jetzt... Was ist denn das jetzt gewesen? You are a stupid man's idiot! Oh, der wird ja jetzt noch mal Glück gehabt, ne? Und dann geht er sich selbst. Der passt gar nicht. Ich hab halt die beschissenste Startposition, glaube ich. So, dann hast du mir einen gelben eingesperrt. Was? Oh, ich hab den Schiss! Hau euch ab! Suck my dust and lick my biii! Das wird bestimmt sein und lick my dick! Das ist lang im Blick! Bommy-ne. Banny bomby-bomb wiederum! Unbedingt! You are a stupid man's idiot! Scheiße, Alter, ist das durchging ein altes Game, oder was? Yippie! Ach, dann sind die ganzen coolen Sachen immer kaputt. Am besten, glaube ich, ist man immer am besten dran, wenn man hier einfach ein wenig defensiv spielt. Also. Sag mal DAS denn? Leg mal BEEP! Let's love you, Princes! Love you too! Oh, ich bitte ab! Gott, die Wobbelbombe! Scheiße, Alter, bin viel zu langsam für die Welt! Die Golden Flame und Wobbelbombe, Alter! Komm, gib halt bitte den Geist auf, Alter! Bitte, 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 bitte! Nein, jetzt gebe ich den Geist auf! Ich hasse das Spiel langsam! Wenn es halt so viel Spaß macht, wird es gar nicht spielen! Wer lacht denn da so dreckig? Yippie! Ich hab genau eine Bombe, die ich legen kann, ne? Das ist ja geil! Zwei Bomben, das ist super! Das ist ja geil, wenn du dich mit den Wobbelbomben dann irgendwie selber zerstörst! Wenn du dich mit den Wobbelbomben dann so dreckigst! Scheiße, Mann! Oh, Gott sei Dank war jetzt grad da das Ding da hinweg, ne? Nein! Ich hab keinen Bock mehr langsam! Das ist jetzt die letzte Runde, wenn das Match vorbei ist, dann ist das Spiel hier immer noch geil, aber ich glaub, dann ist die Zeit schon langsam wieder ein wenig rum, ne? Check my booty! Oh, der blaue gewinnt! Okay, hab ich mich überzeugt! Ich bin noch eins! Dog Rays vielleicht! Einfach weiter jetzt! Four Corners! Obstickels! Ne, Obstickel Chors! Obstickel Chors und dieses Hockey-Ding! Dann kann man nämlich noch geil sehen, der Hockey-Ring! Oh, ich hasse das halt! Jetzt haben wir Eis, ne? Ah! Dann sind wir wieder Pfeile am Boden! Das ist sehr geil! Leute, hab ich Dünnschiss, Alter! Ich hab Dünnschiss! Haut bitte alle ab von mir! Super, da kann ich jetzt nicht mehr rauskommen, ne? Eishockey habe ich früher auch mal gern gespielt, ne? Also meine Oma da immer in Bayreuth am Eishockey-Stand rausgeholt hat! Ja, jetzt bin ich bald! Was war denn das? Sag mal das in Lick-Ma-Piep! Kommt man auf sich in Sprüche eigentlich immer, ne? Was ist so dick gegenüber der Shit wie bei uns in der Arbeit! So, wie ich doch schon wieder Dünnschiss! So, die da drüben sind auch geil! Der war geil! Fühle die Power! Okay, ich seh schon, das sind schnelle Matches hier, ne? Äh, geben halt das richtige Punk ab! Ich weiß jetzt nicht, warum sich dieser Rosen einfach selber in die Luft gejagt hat, aber es wird vielleicht einen Sinn ergeben haben. Oh! WTF?! Ja, da hast du vollkommen recht! You are stupid, nice, easy! Also, ist hier schon irgendwie... Ich glaube, mit der Kombination ist die KI ein bisschen überfordert. Habe ich so ein bisschen das Gefühl... Aber es ist bloß so ein Feeling von mir, ne? Ich anscheinend auch. Aber die Matches dauern hier auf jeden Fall einiges nicht ganz so lang. Du, 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 du... Du, 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 du... Ey, du... Ne, ey, duuuuut... Duuuuut! das ist schon abgefahren ich glaube das spielen wir jetzt gleich noch einmal mit einer anderen map Egypt haben wir doch heute auch noch nicht gesehen oder? schau mal so schnell Egypt an du bist ein Arsch da ist irgendwie die Trägerpumpen die legen das hin und zünden das im Normalfall mal gleich da sind kurz weg genauso wie jetzt hier wenn du gerade an der falschen Stelle stehst bist du kaputt der Gelbe hat jetzt auch verloren das war nicht love you princess I love you too princess schön dass er den blauen eingesperrt hat ich habe eigentlich gleich selber mich vernichtet der ist fast so schlau wie ich oh 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 hey oh hmmm ich meine ich weiß dasselbe nicht so genau was ich so von mir denk das ist doch meistens genau dasselbe was die anderen laufen machen das ist doch meistens genau dasselbe was die anderen laufen machen da will ich noch mal find roll fahren hängen ich glaube wenn wir dann wieder wegen mehr dreck find roll hören aber mal wieder Spotify mal find roll neig schmeißen das ist doch schon komm bis oder wir stellen uns mal schnell ein anderes Schema an bloß dass wir heute mal alle Maps mal gesehen haben würde ich sagen Obstakel war das jetzt gerade was gibt es denn ganz unten bei X oder Z oder so was tennis that's this way and that that's the outer rim x max spot immer my cubic und zwar das hat man heute das hat man heute der beach hat der beach aber ich bin jetzt einfach noch mal eins okay ich sehe schon das wird genauso schönes schnelles spiel die gerade eben irgendwie ich wusste wohin ich mich durchbombe die musik hat dazu alles stresste überhaupt gar nicht mehr ich weiß gar nicht inwiefern kann ich da gewinnen ich glaube ich brauch mal wieder ein neues kroll oder? hey so viel dampf raus so viel dampf raus jetzt ist es im letzten menschen so schnell war dauert es jetzt schon wenn man das mit einem punch und dieses und werfen haben wird dann das wird nie wieder auf noch ein neues coil einweilen und es das war ja noch gar nicht aus jetzt wird es doch langsam der schwarze verliert nicht doch ganz am anfang die strategie glaube ich war am besten wer hat den schiss jetzt bin ich zu spät weggelaufen oder zu früh losgelaufen das ist so stressig ne wenn man diese untergrund halten sagen wir schon gut 1 minu 20 minu 19 kommt leute das ist das schlimme dann hast du mal glaube ich drei krankheiten auf einmal weißt du wo soll ich dahin der sperrten seine blödsinn also ich blick gerade selber gar nicht mehr so zentral überall passiert irgendwas es sprengt überall irgendwie was zu machen zu machen so also warum ist der weise gestorben sind ganz kapiert ich glaube nach dem match hören wir dann auf das ist mir die zeit wieder zu lang ich hätte jetzt etwas ganz gerne mal streamen aber ich habe keinen zweiten monitor also ich kann dann immer das sporadisch mal gucken was die leute so schreiben ich bin mir da ich bin mir da ups Entschuldigung ich bin mir zu früh gab der rohne gewinnt wer ist mit der grünen der grünen wir haben alle bisher nur ist nie megaton blunder der schwarze hat sieben kills alter echt was geht denn ab digger toll das war wieder sehr schlau von mir echt ich glaube ich bin für solche spiele einfach nicht mehr geeignet oder der dünnschiss ja jetzt mal der rohne gewonnen der schwarze hat immer die meisten käse aber mit einer scheiß trinker bomb dane ich will sie mal vorsichtig hier hihihi stimmt manchmal kannst du ja verwirren wenn du eine bombe legst dann wollen die ja da unbedingt irgendwie weg laufen das ist ein bisschen ein anderes spiel wird jetzt nicht mehr interessieren immer hier roulette bm moment mit diesem intro anschauen kann das wäre jetzt noch schnell rausfinden und filmen und mich hochladen wenn wir sagen wir vielen lieben fürs reinschauen zuschauen bis zum nächsten mal der sechs mal kommt blazing bleibt dass er die zweitmeisten stimmen wird ein bisschen interessant aber schauen wir uns mal an abo und like da lassen bis demnächst